In Hollywood gibt es keinen Mangel an Drammen am Arbeitsplatz. Willkommen in Why Watch Montage Deutschland, ich bin Svetlana und heute sprechen wir über unsere Top 10 der Schauspieler, mit denen keiner arbeiten will. Für diese Liste schauen wir uns Schauspieler an, die, ob gerecht oder ungerecht, den Ruf haben, sich zu beklagen, feindselig gegenüber anderen Darstellern oder einfach aus verschiedenen Gründen generell schwierig zu sein. Wie gesagt, wir behaupten nicht, dass all diese Vorwürfe gerechtfertigt sind, aber die Gerüchteküche in Hollywood hat über diese Leute einiges an Begeisterung hervorgerufen. Nummer 10 – Steven Seagal Seagals Auftritte auf der großen Leinwand werden heutzutage immer seltener. Es ist Weißgott sehr lange her, seit er das letzte Mal einen Kassenschlager hatte. Das könnte damit zu tun haben, dass er am Set angeblich ein Albtraum ist. Seagal wird nicht nur als sehr kritisch gegenüber anderen zitiert, er ist auch dafür bekannt, dass er Kassensmitglieder körperlich einschüchtert. Er soll Komiker John Leguizamo gegen eine Wand geschlagen haben, nur weil er ihn ausgelacht hatte. Denn man weiß ja, dass Komiker nicht lustig sein dürfen. Wir wollen es mal so sagen, Henry Rollins hat erklärt, dass er lieber Latexfarbe trinken würde, als mit Seagal zu arbeiten. Nr. 9 – Thomas Gibson Der ehemalige Criminal Minds-Darsteller und Regisseur war bekannt dafür, dass er eine ständige Spannungsquelle am Set war. Andere Darsteller haben behauptet, Gibson sei sehr anspruchsvoll und erfordere eine Planung, die sich um ihn dreht. Schlimmer ist jedoch sein Temperament. Gibson wurde im August 2016 nach einer Reihe umstrittener Vorfälle aus Criminal Minds entlassen. In 2010 soll er bei Dreharbeiten einen Regieassistenten geschubst haben. 2013 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt, worüber die Produzenten nicht erfreut waren, dann in 2016 soll Gibson den Autor und Produzenten Virgil Williams getreten haben. Mmmh... Ich hätte nicht geholfen lassen, aber ich hatte Angst, dass du meine Pläne nicht bekommst. Criminal Minds beschloss einfach, Gibson gehen zu lassen. Es ist keine Reise. Nr. 8 – Jennifer Lopez Während Hustlers von 2019 sehr gut aufgenommen wurde, war Lopez früher nicht gerade für ihren guten Ruf bekannt. Es ist Turkey-Zeit. Hä? Obwohl sie als sehr fleißig bekannt ist, wurde Jenny from the Block in der Vergangenheit wegen sogenannten Diva-Verhaltens ausgerufen. Es wurde gesagt, dass sie oft lächerliche Forderungen stellt, wie z.B. zahlreiche Fünf-Sterne-Hotelzimmer, in denen sie übernachten kann, und ihr eigenes Privatflugzeug, damit sie im echten Diva-Stil reisen kann. Natürlich alles auf Kosten anderer, versteht sich. Und der Knaller, sie weigert, sich aufzutreten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Wir finden es schade, dass ihre Forderungen im Fall von Gigli erfüllt wurden. Nr. 7 – Lea Michele Glaubt nicht, dass die Besetzung von Glee den Namen der Show widerspiegelte, als die Kameras nicht liefen. Vielmehr nahm Lea Michele, die eine der Gesangstars Rachel Berry spielte, offenbar die Halsabschneider-Mentalität einer echten High-School-Diva an, wenn es um das Verhalten am Set ging. Nicht benutzen, dass Jessie und ich einmal die Gefühle für uns als Entschuldigung für meine inevitable Wunschung hatten. Berichten zufolge war Michele unhöflich zu allen an der Produktion Beteiligten, was dazu führte, dass die Besetzung und die Crew herumstanden und lange warteten, bis sie bereit war, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Die Crewmitglieder behaupten auch, Michele habe sich geweigert, mit jüngeren Mitgliedern des Glee-Personals zu sprechen. Darüber hinaus sagte Glee-Co-Star Samantha Ware im Jahr 2020, Michele habe ihren ersten Fernsehauftritt zur Hölle gemacht und beschrieb wiederholte Fälle von traumatischen Mikroaggressionen gegenüber der schwarzen Schauspielerin. Nummer 6 Christian Bale Wer erinnert sich nicht an Bales augenöffnende Audioaufnahme, die 2009 veröffentlicht wurde? Die Aufnahme von 2008 enthüllte einen Vorfall am Set von Terminator Salvation, bei dem Bale beim Aufnahmeleiter des Films, Shane Halbert, absolut in die Luft ging, weil er während einer Szene in seine Sichtlinie gelaufen war. Die Aufnahme ist unglaublich beunruhigend zu hören, da Bale eine bösartige und ungerechtfertigte Tirade auf Hurlbut loslässt. Aber es ist nicht nur sein sprunghaftes Temperament, das die Arbeit mit Bale so schwierig macht. Er ist ein Method Actor, was bedeutet, dass er sich voll und ganz in seine Charaktere hineinsteigert. Wenn man also mit Bale arbeitet, bekommt man nicht nur seine Verrücktheit, sondern auch die Verrücktheit seiner Rollen. Nummer 5 Bruce Willis Schaut euch nur den stoischen, harten Kerl an! Scheint das ein lustiger Typ zu sein? Laut Kevin Smith, der in Cop Out Regie führte, ist es ein Albtraum, mit ihm zu arbeiten. Er nannte seine Erfahrung mit Willis seelenzerstörend und viele andere Regisseure haben sich über Willis ungerechtfertigte und fehlgeleitete Eingaben bezüglich ihres Regiestils beschwert. Obwohl er an Cop Out arbeitete. Und das würde wahrscheinlich jeden in eine schlechte Stimmung versetzen. Nr. 4 Mike Myers Hebt euren Kiefer vom Boden auf! Wir haben es auch nicht erwartet, aber anscheinend ist dieser Komiker nicht annähernd so lustig wie seine Figuren. Der Austin Power Star wurde ständig als launisch und temperamentvoll bezeichnet, und viele beschwerten sich über den Grad der Kontrolle, den er seiner Meinung nach über die Besetzung und die Crew ausüben sollte. Es ist eine sehr groovige Zeit. Viele Führungskräfte in der Branche haben sich einfach geweigert, mit ihm zu arbeiten, und Gerüchten zufolge hat er sogar einen Besatzungsmitglied entlassen, weil es ihm an einem besonders schlechten Tag in die Augen geschaut hat. Nr. 3 Val Kilmer Wenn man eine so lange und umfassende Karriere wie Val Kilmer hinter sich hat, besteht die Möglichkeit, dass man einige Leute falsch eingeschätzt hat. Viele von Kilmers Ex-Freundinnen haben über sein, sagen wir mal, exzentrisches Verhalten gesprochen. Diese Stimmung wurde auch von Joel Schumacher widergespiegelt, der in Batman Forever Regie geführte und Kilmers Verhalten gegenüber einem Besatzungsmitglied als unhöflich, kindisch und unangemessen bezeichnete. Sind Sie die Nachrichten, Bruce? Kilmer soll am Set mit Kameraleuten und der Kostümabteilung geschimpft haben. Ähnliche Äußerungen machte Richard Stanley, ein Regisseur, der an The Island of Dr. Moreau arbeitete, der behauptet, dass, ich zitiere, Val ankommen und es zu einem Streit kommen würde. Nr. 2 – Chevy Chase Wen hat Chevy Chase noch nicht verärgert? Chase, der freundlicherweise als der vielleicht größte Mieselpeter Hollywoods betrachtet wird, wurde als ein unentschuldbarer, grausamer, zähflüssiger, heruntergekommener Künstler beschrieben. Schon zu seinen SNL-Zeiten ließ Chase mit Künstlern wie John Belushi, Bill Murray und den Drehbuchautoren die Fetzen fliegen. Er hat die meisten großen Namen der Branche ernsthaft beleidigt, darunter Will Ferrell, Howard Stern, Kevin Smith und Bill Maher. Zuletzt zerstörte Chase die einzige gute Sache, die er mit der Instant-Kult-Klassiker-Show-Community am Laufen hatte. Chevy, wie fühlst du über das Dan Harmon? Ja. Der was? Dan Harmon. Wer ist das? Er kritisierte die Serie und den Showrunner heftig, als er noch Mitglied der Show war und war bekannt dafür, dass er am Set extrem beleidigende Auftritte hatte. Wir können uns nicht vorstellen, dass Chase noch viele Freunde hat. Jeder Mann sollte in den Gesicht geraten. Es ist ein Recht der Passage. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, hier sind noch ein paar unehrenhafte Erwähnungen. Du kannst stoppen, zu versuchen, meine Gedanken zu lesen, Sugar. Immer. Ich meine, niemand macht sie ab. Sie sehen, wir haben sie selbst ab. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Kommander der Armie des Norden. General der Felix-Legionen. Loyal Servant zu dem echten Emperor. Ich mag nicht, wie das Skript von uns erscheint. Es wird sich in ein schädige kleine Drama. Es ist etwas, was du für mich tun könntest, Doktor. Alles. Ich meine, ja. Ich brauche eine Maschine. Bevor wir weitermachen, abonniert noch schnell unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um immer über unsere neuesten Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1 Marlon Brando Kennt ihr diesen einen Mitarbeiter, der sich einen Dreck schert, immer macht, was er will und nie auf den Chef hört? In Hollywood war dieser Mann Marlon Brando. Brando war berüchtigt dafür, Regieanweisungen zu ignorieren und er merkte sich nicht einmal seinen Text, sondern zog er vor, während der Dreharbeiten einfach zu improvisieren, Karteikarten zu schreiben, die irgendwo vor der Kamera liegen bleiben sollten, oder einen Kopfhörer zu tragen. Was seine Schauspielerei betraf, ging er auch sehr methodisch vor, wenn die Kameras nicht liefen, was viele Menschen sehr entfremdet hat. Es muss aber funktioniert haben, denn Brando ist heute als einer der größten Schauspieler aller Zeiten bekannt. Sind alle mit unserer Auswahl einverstanden? Wer hätte eurer Meinung nach den ersten Platz verdient? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wie immer zeigt etwas Liebe und liked dieses Video, abonniert den Kanal und bleibt immer auf dem neuesten Stand mit den aktivierten Benachrichtigungen.